Hallo und herzlich willkommen zurück zu Obscuritas. So clever wie ich bin, habe ich natürlich... Oder, warte, wir gucken erst mal nach. Ja, genau. So clever wie ich bin, habe ich natürlich genau da aufgehört zu spielen, wo kein Spielstand gespeichert wurde. Ja, heißt, dass wir relativ hier nochmal neu anfangen müssen. Aber das war jetzt nicht so schwer. Sammeln, schießen ein. Oh, um Gottes Willen, der Schatten. So, das Licht wieder aus. Mittlerweile, beziehungsweise heute, heute? Heute ist der Release zum Spiel, der offizielle. Ach so, gut. Heißt, es wird jetzt in der Videobeschreibung auch ein Steam-Link geben. Ich wollte gerade ein Steam-Key sagen, also ich verlose ja keine Keys zum Spiel. Nein. Und ich wollte sagen, dass ihr ab jetzt einen Link unten findet. Ich bitte euch, wenn euch das Spiel gefällt, Hallo? Stell dich wieder hin. Ähm, das Spiel zu kaufen, die Entwickler zu unterstützen, würde mir sehr am Herzen liegen, wirklich. Wenn ihr das tun würdet. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich einfach aufgehört habe, ohne nachzudenken, dass das Spiel hier nur bei gewissen Sachen speichert. Entschuldigung dafür. Dieses Bild ist für uns wichtig. Links steht das Kleine da, die Kiste, rechts der Große. Krug. Ähm, der Große, der Große Krug, der stand schon da, oder? Heißt, wir müssen jetzt, glaube ich, nur die Kiste einsammeln. Das kleine Kistchen. Ich weiß ja, wo das war. Oh, ich glaube, ich sollte echt aufhören, immer überall das Licht anzumachen. Ich glaube, das ist echt nicht gut. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, die wird echt noch gefährlich. Also, was heißt gefährlich? Sie wird wahrscheinlich nicht mit dem Messer rumstehen und uns umbringen. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht macht sie es doch. Aber. So. Ich glaube, das war es, oder? Der Große Krug stand da. Okay. Ich hoffe, bis jetzt gefällt euch das Spiel. Mir auf jeden Fall. Außer, dass ihr im ersten Rätsel hing. Wie ich weiß, bin ich die Einzige, die da so Probleme hatte. Zumindest das, was ich bis jetzt gesehen habe. Man guckt sich ja schon so ein bisschen auch die anderen an. Natürlich ohne zu spoilern. Ähm. Ist der das? Ich weiß nicht mehr, wo der Stand ist. So. Der Kollege kommt da hin. Wo ist denn die Große? Das große Teil. Wo ist denn das? So, der kommt hier hin. Das große Ding. Auf jeden Fall wollte ich sagen, die anderen hatten damit nicht so Probleme. Die haben das locker easy geschafft, alle. Und ich war der einzige Dussel, der da ewig rumgehampelt ist. Was mir auch leid tut. Wir hätten schon weiter sein können. Ähm. Ja. Wenn man doof ist, dann kriegt man das halt nicht so hin, ne? Aber wir haben es ja letzten Endes doch noch irgendwie geschafft. Was mich interessieren würde, ist, ob ihr es denn auch irgendwie... Oder hattet ihr überhaupt eine Idee, wie das irgendwie gehen könnte? Das stand da auch anders, oder? Schon beim letzten Mal... Beim letzten Mal stand doch die Blume da. Und das... Ne. Ich würde mich verarschen. Was ist denn hier schon wieder los? Ach ja. Wo war denn der letzt... Wo war denn der Krug? Hier war der ja nicht, ne? Oh, ist so ein Buch. Ich dachte, das wäre ein Tasch... äh... Streichhölzer. Ah, hier. So, dann laufen wir mal zurück. Ich glaube, laufen ist eigentlich auch nicht so clever. Aber... Nein. Äh. Ich weiß nicht, ob dieses Geräusch gerade im Spiel war oder hier zu Hause. Beides wäre gruselig. Okay. Ist was verändert? Ne. Hm. Schlüssel, Schlüssel. Okay, hier ist kein Schlüssel. Oh, super. Heißt, ich muss jetzt anscheinend auch noch den Schlüssel... Komme ich wieder raus? Nein. Wäre auch zu nett. Ah, da. Gut. Die Schatten. Welche Lampen machen denn solche Schatten? Das ist doch nicht mehr normal hier. So. Solange die da sitzt, bin ich beruhigt, muss ich sagen. Da stört die mich nicht weiter. Also, sie stört mich doch, weil ich finde sie eklig. So. Nächster Abschnitt. Erstmal ein Ladebildschirm. Die Ladebildschirme finde ich ganz hübsch. Und ich finde es schön, dass die jedes Mal anders sind. Bis jetzt. Mal sehen. Vielleicht. Bleibt das ja so. Nur mir persönlich sind die ein bisschen zu lang. Aber ist halt so. Neuer Abschnitt. Erstmal der Weg zurück. Gut, der Weg zurück ist versperrt. Gibt es hier einen Lichtschalter? Leckt mich doch am Arsch hier. War das das Geräusch? Hallo. Bisschen Angst im Neuerabschnitt. Nein! Was liegt an? Ach, das nicht. Ach, das nicht. Toll. Hey, das Bild. Hey, die Bilder kenne ich. Die Oma kenne ich auch. Ist hier irgendwas? Lichter. Oh, eine Tür. War klar. Okay. Ist hier irgendwas? Nein. Was ist das hier? Die Bank. Äh. Äh. Nicht schon wieder sowas. Oh Leute, ey. Warum macht ihr das? Nur. Die. Was ist das? Willst du mitnehmen? Hallo? Ein Pferdchen. Mit. Huch. Das wollte ich nicht, bevor jetzt gehen. Pegasus. Ding. Tier. Wer sonst irgendwas? Hier drin? No. Gut. Ich trau dem Spiel so viel zu. So viel zu. Wart. Ach. Hör mir doch auf hier. So, was haben wir denn hier schönes? Eine Milch. Die wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so frisch sein. Ja. Der Salat. Oh, der sieht aber eigentlich noch in Ordnung aus. So, wir machen hier irgendeinen Wein. Trinke ich persönlich nicht so gern. Wart. Gut. Gut. Ah. Warum? Kann ich jetzt wieder reinmachen? Stört mich. Es ist nicht so viel Platz weg hier im Raum. Hallo. Lass mich da vorbei. So. Okay, wir haben einen neuen Schlüssel. Warum ist das Licht hier aus? Musik. Warum so laut? Oh, die sehen tatsächlich echt geil aus eigentlich. Och, ihr armen Würmchen. Wenn ich rauslassen. Ich hasse Spinnen. Äh. Oh, die sind echt eklig. Aber wir haben sie uns angeguckt. Da kann das Spiel nichts sagen. Ui. Okay, hier geht also kein Licht an. Du hast bereits Sinn. Gut, dann machen wir hier die Kerzen an. Wenn das Spiel das so will, dann machen wir das so. War hier irgendwas? Nein. Da hat gerade irgendwas Geräusche gemacht und ich war es nicht. Fischlein? Bestimmt brechen die Spinnen aus und fressen uns und dann ist das Spiel vorbei. Oder so. Keine Ahnung. Was leuchtet denn da so? Ist das Aquarium? Nee. Kann nicht sein, oder? Von draußen? Ui. Ist das cool? Vielleicht auch nicht so cool. Ich weiß nicht, ob das immer cool ist, aus dem Fenster zu gucken. Nee, ich weiß es echt nicht. So, hier ist er an sich ganz toll. Die Spinnen sind jetzt nicht so mein Favoriten, aber... Das ist in Ordnung. Wer macht denn hier immer das Licht aus? Sag mal. Bin ich das selbst? Bin ich... Bin ich so doof? Was? Die Geräusche, ey. Die machen mich hier echt paranoid. Hört ihr das? Paranoid. Ah. Was muss ich denn tun? Ich will in diesem Raum nicht sein. Der ist eklig. Kann ich hier rumgehen? Oh, geil. Okay, hier ist aber weiter nichts. Ich hab mich festgebackt. Oh, zum Glück nicht. Fast. Oh nein, ich wollte die Taschenlampe nicht wechseln. Fuck. Da ist nichts. Ist er vom Boden oder was? Ey, da hat's gerade... Da war gerade... Oh. Oh. Hallo? Okay. Okay. Ähm. Wart. Wieso kann ich das tun? Jetzt nicht mehr. Äh. Ich will da ran. Ich bin zu klein. Ich will da rankommen. Hallo? Hallo? Lass mich da ran. Hör mal. Ah. Ach, da. Kann ich den mitnehmen? Ne, kann ich nicht. So, wahrscheinlich muss ich den nochmal draufsetzen oder reinschmeißen oder sonstiges. Gehen wir gleich mal hier rüber. Hier ist ja nichts, ne? Kann ich hier was machen? Gleich klingelt bestimmt das Telefon oder sowas. Hier war zu. Gut. Hier war zu. Da waren wir drin. Die Bank. Ist hier irgendwas? Nein. Nur die junge Frau. Ich fand es nicht so cool, dass es hier immer so komische Geräusche macht. Ist nicht gut. Nicht gut. Das ist die Lampe, ne? Ja. So, kann ich hier irgendwas machen? Mit den Weinflaschen? Nein. Hm. Hier ist... Warum ist die Platte hier so komisch? Wie noch was machen? Oh, wir haben hübsche Schüche. Naja. Gut. Bringt nichts. Schade. Gehen wir mal hier rein. Macht auch immer Irr. Die Spinnen hauen ab und fressen uns. Sag ich doch. Oh, Leute. Warum? Was soll das? Hör auf damit. Oh, hier ist noch so ein... Wart. Sieht auch irgendwie falsch aus, oder? Was habe ich denn jetzt? Hm. Leute? Was soll das hier? Was macht ihr? Hm? Was soll der Müll? Ist euer Ernst? Tja. Also, wir haben einen Pferdekopf und ich gucke mir das nochmal an. Ich schreibe mir das mal nebenbei auf. Das sieht auch ein bisschen falsch aus, muss ich sagen. Aber das auch. Also, wir haben ein... Ich mache mir Notizen. Pferdekopf. Kopf. Was ist das? Ein Bär? Ein Hamster? Kein Hamster, oder? Ein Mausehamster? Ein Mausehamster. Marder oder so. Bär. Mausehamster. Aber ja, haben wir... Wir haben... Warum blitzt es hier so? Was soll das? Hör auf! Mach das nicht. Wir haben einen Pegasus-Körper und hier dieses den Dingens-Körper. So. Damit gehe ich jetzt erstmal. Ich finde das so eklig, ne? Ihr seid so eine Sausäcke. Das ist unglaublich. Und ich stehe hier noch und mache mich drüber lustig. So, jetzt haben wir das nächste Rätsel. Das nächste Rätsel machen wir aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.